Wann ist ein Bundesland eigentlich ein Bundesland? Man muss Grenzen ziehen, eine Flagge hissen, eine Hymne auswählen und eine Verfassung beschließen. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Und wann ist ein Bürger eigentlich ein Brandenbürger? Bei der Neugründung des Bundeslandes vor 30 Jahren ging es ganz schön zur Sache. Landkreise rangen mit sich, ob sie zu Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern oder doch zu Brandenburg heran wollten. Die Menschen stritten sich darüber, ob das Wappentier ohne Schwert und Zepter, friedfertig oder gerupft aussieht. Oder ob ein Heimatlied, das schon im Nationalsozialismus Karriere gemacht hat, überhaupt zur Landeshymne taugt? Bei der Brandenburger Verfassung herrschte größere Einigkeit. Sie wurde per Volksentscheid verabschiedet. Wichtig ist, die Menschen in Brandenburg haben immer mitentschieden. Es gibt sogar einen Brandenburger Weg. Das heißt, die Interessen der Gemeinschaft sollen vor den Parteiinteressen stehen. So entstand auch der weltweit kürzeste Koalitionsvertrag eines Kreistages, und zwar auf einem Bierdeckel. Spannende Geschichten aus den letzten 30 Jahren Brandenburg, die gibt's bei uns, hier in der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung.